hallo leute und ich habe eine frage an euch findet ihr 1624 punkte ist ein rekord was splatoon 2 angeht bisher oder was meint ihr denn ich habe ganz normal gespielt aber ich weiß nicht was der aktuelle rekord bei splatoon 2 ist und deswegen mache ich dieses video vielleicht weiß es ja einer von euch